PINCRAFT Servus Leute, willkommen zurück bei MagiCraft mit mir und mit dem Spark of Phoenix. Da hinten ist er ja. Moin, boah, das ist so lange her, seitdem ist er jetzt mal aufgenommen. Über zwei verdammte Wochen, ja. Zwei Wochen ist eigentlich gar nichts. Ich mein, Megaprojekt hat's ja auch noch zwischendrin. Mittlerweile kennst du dich dreifach so gut aus mit VmCraft wie ich, so wie ich das so mitbekommen habe. Ich übertreibe bestimmt so richtig, dass dann Risse kommen und alles in die Luft fliegt. Die Diamanten hier oben, guck mal, die Pflanzen sind mittlerweile fertig. Kann man die normal abbauen oder muss man die speziell abbauen? Nee, die kann man hier ganz normal mit Schlagen abbauen. Okay, dann probiere ich das mal. Und da kommen gerade Diamond Essence raus und Diamond Seeds kam raus. Aber nur eine Seeds. Da gibt's kein Diamanten, sondern eine Diamond Essence. Lass mal ganz kurz gucken. Ähm, ich hab drei Diamond Essence und zwei Nature Essence. Aber ich hatte die schon vorher, da sind die rausgekommen. Ich weiß nicht. Okay, man braucht acht Diamond Essence für einen Diamanten. Och komm, Leute, das ist doch viel, viel einfacher bei mir. Ach komm, ich hab da eine bessere Methode. Aber trotzdem, lass mal wieder neu pflanzen, die Seeds. Ja, ich hab ja auch nochmal zwei Seeds. Ja, mit der Zeit, wenn du ein großes Feld hast, dann geht's irgendwann. Wollen wir die Essence hier auf einen Haufen stapeln? Ich hab drei. Du hast die auch noch mit abgeerntet. Ich hab einen. Dann legen wir mal irgendwo hier eine Kiste, die mit rein, was weiß ich. Oder in dem hier links ins Regal, das wäre natürlich cool. Okay. Ähm, oder werfen wir her, dann sind die alle in einem Stack drin? Ja. So, dann einmal genommen. Drei. Nein, nö, wo ist der vierte? Jetzt. Kann ich mich jetzt hier ins Regal reinlegen und dann liegen die da schön drin. Es wird Nacht, wollen wir pennen gehen, nicht, dass wieder irgendwelche Attentäter kommen und uns hier wegsprengen. Ja, warte, ich möchte noch das Feld hier einsammeln. Die ganzen Samen und so. Jo, klar. So viel Zeug. Aber normalerweise haben wir mittlerweile fast überall eine Mauer außenrum. Ja, stimmt. Das sollte jetzt eigentlich einigermaßen sicher sein. Was ist los? Vorhin warst du noch übelst müde. Ja, nicht ganz. Ich versuche mir jetzt gerade so ein bisschen, äh, äh, keine Ahnung, daran zu gewöhnen, dass ich jetzt nicht pennen darf. Das war so krass. Wir haben jetzt gerade noch hier ein bisschen vorbereitet für die Aufnahme. Ja, hier ist so ein... Ja, die hüpfen da drüber und die machen die ganze Zeit das Feld wieder kaputt. Ey. Ich weiß nicht, wir haben noch ein bisschen vorbereitet, noch, ich glaube, ein bisschen was an der Version gebastelt, ein Mod rausgekommen, weil der Probleme gemacht hat. Wir haben nämlich geupgradet auf eine neue Version, auf 1.5.2. Und, äh, das hat ewig gedauert, bis das dann runtergeladen wurde. Ich saß da so Kopf ins Kissen, bam. Und hab einfach nur gewartet, bis das Ding runtergeladen wurde. Und, äh, dann bin ich halb eingependelt. So, ich komm mal zu dir. Ich lieg im Bett. Und hier, das war nur ausgebaut wegen... Ich lieg neben dem Bett. Ist mir auch schon passiert. Da bin ich auch schon rausgerutscht. Du hast mich rausgeschmissen, hast dich ausgebreitet und hast mich rausgeschmissen. Ja. Hier ist noch Kohle. Ja, gell? Warte mal, ich hab hier Glück. Ach so, ja gut, wenn du unbedingt die verschwenden willst für... Die kann ich immer wieder reparieren. Ach so, dann, okay, ja, dann, dann, dann geht das. So, hier sind noch wieder von den Blättern die Dinger drin. Ja, und, ähm, wir müssen um das, äh, Ding hier, wo das, ähm, Diamantschwert schon auf dem Tisch draufliegt, müssen wir Bücherregale außenrum bauen. Ja, das weiß ich. Weil maximal ein Enchanting-Level geht nur dann, wenn wir die Bücherregale außenrum bauen. So. I know. Ich brenne, ich bin in Lava gelaufen. Ich würde mich dann jetzt mal dran machen mit meinem Traumatorium. Wo hab ich's denn hier? Traumatorium. Irgendjemand hat letztens gesagt, wie man's richtig ausspricht. Aber ich kann's immer noch nicht. Mal gucken. Unified Thaumic Field Theorie. Da brauch ich hier, was ist Feuer, Wasser, Erde hab ich inzwischen. Die Bücher hab ich Cognito. Gerade mal Nitor und so. Okay. Da muss ich gucken. Erde, Repeater, Wind und, äh, Mossstone bräuchten wir unter anderem. Angefangene Rezepte hab ich auch keine. Haben wir irgendwo Redstone? Zufällig? Da haben wir Redstone. Zum Glück hab ich hier meine Rezepte. Ich bin schon bei der Unified Thaumic Field Theorie. Okay. Unsere Viecher stehen noch draußen, gell? Oh, das ist, muss erstmal alles, muss erstmal alles orientieren wieder. Wo ist denn das Traumatorium oder wie das heißt? Ich hätt das gerne mal. Oder hast du das? Das hab ich gerade im Inventar. Äh, haben wir noch Lede übrig? Weil da mach ich mir am besten auch mal eins. Dann brauch ich ja jeder eins eigentlich, oder? Weil hin und her wechseln's immer irgendwie doof. Ja. Ach hier, mit diesen, mit diesen großen Kanistern hier, wo ich gerade einen hab. Äh, große Kanister? Ja. Ja, damit kannst du Vollblöcke, ähm, gießen. Ah, okay, okay, das macht Sinn. Damit kriegst du nämlich schneller. Und die Vollblöcke kannst du ja dann auch zu den Barren auseinanderfriemeln. Jo, klar. Ähm, ich geh schon in die Richtung von den Zauberstäben, gell? Ich muss erst noch die, noch zwei Rezepte, da hab ich schon erst einen Zauberstab. Okay. Ähm, brauch ich aber erstmal Ressourcen, gell? Wir brauchen Federn zum Beispiel, jede Menge. Weil das Windelement irgendwie, man kann das theoretisch herausbögen und Strings machen, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Das Windelement? Ja. Aus Bögen und Strings geht's. Kannst du einen Bogen machen, irgendwie hast du auf Bogen wie das Windelement drauf. Oh Gott. Was hab ich denn noch, ähm, aus der Wolle? Wolle ist da auch drauf, glaub ich. Oder? Ja, du brauchst so Flügel irgendwie, oder was war das? Ähm, ich glaub ja. Nee, brauchst du nicht. Keine Flügel. Federn brauchen wir halt. Ah, die Windshorts, mit denen geht's auch. Nehmen wir die immer mit rüber. Feder, Feder, Feder. Keine Federn. Wir haben keine Federn. Wir haben keine Chickens. So effektiv hab ich noch nichts gemacht. Ähm, ne Axt wollte ich mir craften. Kannst du tun. Ich werd mir dann später diese schöne, ähm, Ax of the Stream machen und dann verzaubern. In der Hoffnung kriegt er auch Repair drauf und so. Ja, das ist richtig krass. Weil die repräsent sich ja selbst teilweise von selbst wieder, ne? Das ist schon schön. Also diese Axt ist richtig geil, damit kannst du so gut die Bäume abbauen. Und da gibt's eigentlich nichts Besseres. So, pass mal auf. Ich mach mir mal ganz kurz hier ein neues, äh, Tomatorium. Haben wir noch irgendwo in dem Ofen Kohle? Ja, hier. Ähm, Steffen? Guck mal hier. Ja. Da ist das Tomatorium. Ich hab mir noch eins gemacht. Ah, danke. Ich tu das bei mir immer direkt ins Regal. Jo, klar. So. Dann, ähm, du hast hier drüben alles wertvoll gebunkert. Die Shards und so und so weiter und so fort. Ja, die müssten hier drin sein. Teilweise. Ja, die grünen würde ich aufsparen. Dafür brauche ich mir auch schon, die, gibt's ja diesen Abbau-Zauberstab. Ich würde erstmal die blauen verwenden. Gibt's denn nur für die Frost-Dingensen. Da wollte ich mir kurz ein paar nehmen. Und zwar, um Zauberstab und andere zu machen. Ja. Irgendwie brauche ich da noch was. So, Sticks und Gold und andere. Brauche ich denn noch Workbench und so brauche ich auch noch alles. Gut, also Gold. Erstmal eins gemacht. Oder ein neuner Stack. Äh, neun Stück. Dann wird erstmal ein Zauberstab gecraftet. Oder zwei zumindest. So, äh, joa. Ich hab wieder ein zugemülltes Inventar. Wie immer. Wie immer. Ja. So, das kommt raus. Ich hab so eine Nature Essence. Ich weiß nicht, ob ich die von den Diamanten hab. So, das nehm ich mal raus. Dann mach ich mir ne Schere, falls ich Schafe finde. Und ne ganz normale Eisen. Ich find's doof, dass man diese Spitzdecks hier nicht reparieren kann. Die sind so ziemlich angeschlagen. Und ich würd die aber gern loswerden. Welche? Vor aus dem Tinkersmodel, wie das heißt. Aus dem, der Box. Achso, die kannst du reparieren. Aber nicht im Craftingfeld übereinander. Ich würd aus den zwei Spitzhacken eine machen. Achso, ne. Du musst... Du kannst, glaub ich, wenn sie komplett... Eisen. Ja, genau. Warum heißt die denn? Eisen. Was? Wo? Die Spitzhacken ist Eisen. Die müsste schon kaputt sein, oder? Kann sein, wenn die Spitzen abgebrochen sind, ist die kaputt. Da steht nur Reinforced 1. Ah, die ist noch nicht fertig. Genau, die ist noch nagelneu eigentlich. Ich hab hier andere Spitzhacken, zwei Stücke, wo ich nicht weiß, wohin mit den Dingern. Okay. Aber wir haben genug Eisen erstmal. So, Redstone kann ich raus tun. Diese Tin-Ores auch. Meine Güte, ich brauch mehr Kisten. So, gerade die Fauncraft-Bäume. Wo ich zumindest einmal wegen der Magie-Essenz abgefüllt hab. Genau, den brauchen wir auch, weil da ist ja Magie-Essenz drauf. Als Magie-Essenz-Männer müssen wir nicht die Shards verheizen. Lustigerweise hab ich aber noch keinen gefunden. So, dann brauchen wir auch erstmal für die Unifields-Bücher Zeit-Repeater brauch ich. Das heißt, haben wir irgendwo Cleanstone noch? Wir haben ja jedenfalls einen Cleanstone gebrannt gehabt. Ja, ja, den hab ich gerade alles mitgenommen. Das ist schlecht, den brauch ich. Hier ist einer von den Bäumen. So, wie baue ich den jetzt am besten ab? Am besten dann dich hier. Und fang mal an. Aber als Cleanstone hast du ruckzuck auch noch gebrannt. Ich hab die aus dem Eisenofen raus, da war ganz viel Cleanstone drin. Wir haben noch einen Goldofen. Hier einen Eisenofen, wo ist unser Eisenofen? Äh, der in dem Goldofen drin war... Ah, Goldofen. Ich dachte grad schon, Eisen um den Händen. Im Goldofen war das Eisen drin, in das ich gebrannt hab. Genau, das wollte ich sagen. Eieiei. Ja, wir haben ja noch mal Shards. Und zwar hier unten drin, unten unter der Schmelzanlage. Ja, stimmt. Das war die Kiste, wo ich alles in Sicherheit gebracht habe. Genau, aber oben haben wir noch mal Shards. Das ist gut. Eigentlich wollte ich dich ja mal Farmen schicken, weil du ja bis jetzt noch nicht Farmen warst. Nee, das glaub ich. Ich hab ne Idee, wie man saugeil farmen kann. Ich warte einfach bis jetzt die Event of Equal Trade hab. Dann tu ich lauter Kobbelstonen rein. Dann geh ich in die Höhle rein, klick immer nur rechts, klick die Erze an. Zack, zack, alles im Inventar drin. Okay. Das ist übelst schnell dann dafür, weißt du. Da lohnt sich's lieber erst zu forschen und dann farmen zu gehen. Stimmt auch wieder. Vor allem, wenn du dann auch noch Glück auf dem Wand drauf hast. Genau. Das ist halt dann für den Abbau. Ja. So. Ja, ich würd einfach jetzt sagen, ich brauch ein bisschen Cleanstone, weil da kann ich Repeater draus machen. Auf den Repeatern ist Zeit drauf. Das ist Zeitelement. Das brauch ich nämlich für diese Theorie. Und ich hab ja schon die Diamanten gefarmt, größtenteils. Oder gefunden. Durch Glück. Durch Glück. Durch meine Strip-Mining-Künste, wo du dich gerne drüber beschwerst ab und zu mal. Ach, Strip-Mining ist, so wie du's gemacht hast, war's dann ganz okay jetzt am Anfang. Ja, ja. Wobei, theoretisch braucht man die Diamanten ja auch nicht so sehr. Aber weißt du, was wir die Diamanten machen könnten dann auch noch? Also jetzt nicht die Folge, aber demnächst in den Wald rein hier, in den Twilight Forest. Ja, das stimmt. allgemein, weil du kannst aber auch bei Tech-It könntest du hergehen, könntest das Tech-It-Pack installieren und könntest dann nachträglich Mods einfügen, die du gut findest. Geht ja alles. Geht ja auch wieder. Ist ja nichts anderes als eine Forge-Version, die installiert ist. So, äh, ja, ich brauch wieder Clean Zone, Repeater. Der Goldofen ist richtig schnell, ist mir aufgefallen. Ja. Das ist cool. Ich hoffe, dass mein, mein Flugsaurier jetzt hier nicht abhaut. Jedes Mal, wenn du dann nämlich irgendwas am Baum machst oder so, dann, dann steigst du kurz ab. Und so. Wir haben übrigens, irgendwo hat jemand, als wie ich rumgeflogen bin, das dürfte gar nicht so weit weg sein von unserem Lager, da müsste irgendwo so ein, wie nennt man die, ein Dungeonbaum sein, wo eine Kiste unterm Stamm ist. Das kann sein, da müsste man mal langfliegen. Ist das hier somit schon mit implementiert? Ich dachte, das gehört zum Ruins-Mod oder so. Nee, das sind extra für Farmcraft-Bäume. Da sind dann Spinnenweben und so dran. Okay. Ach gut, äh, ja, ich musste jetzt auch mal losfliegen, weil ich brauch nämlich einen Magiebaum. Für Magie-Element. Und da müsste ich, äh, theoretisch mal was holen und so. Dafür brauch ich aber eine Axt, hab ich auch nicht gemacht. Das ist schlecht. Ich hab mir gerade eine Axt. Ich hab mir jetzt fast einen ganzen Baum abgehackt. Von oben nach unten. Ich komm aber auch nochmal mit und hol mir auch nochmal was. Dann hat jeder erstmal genug. Das Problem ist, da kommen immer die, die Sepplings so schlecht raus aus den Magiebäumen. Ich hab mal bei dem ganzen Baum, wenn's hochkommt, einen. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ist ja schon fast wieder eine Folge rum, wenn's Nacht wird. Das stimmt auch wieder. Wir haben schon 13 Minuten, gell? Ja, uah. Uff. So, ich muss kurz was essen. So, ich hab mal ein bisschen Ausschau. Magiebaum. Wirklich nur so ein bisschen durch den Wald. Also mit Spinnweben hab ich noch keinen gesehen bis jetzt. Ach, ich seh dich da hinten. Ja, ich bin hier hinten unterwegs und ich glaub, der war da drüben. Also ich hab jetzt einen Baum abgehackt. Hier hinten ist noch so einer von dem Blauen. Ich flieg einfach mal so hier ein bisschen in die Richtung. Ja, ich hab einen gefunden. Darauf setz ich mich mal fest. Und zwar am besten um drauf. In der Flug, sorry, auch noch. Obwohl ich mich grad mal nach unten hier. Oder häcksele mich durch den ganzen Baum durch. Sagen wir mal so. Ich häckse mich jetzt hier durch so einen blauen Baum. Nimm ein bisschen was von den blauen Leaves noch mit. Mir fehlt grad voll die Eggs of the Stream, die einfach so einen ganzen Baum abholzt ohne irgendwas. Ey, das ist so genial, mit der zu arbeiten. Aber mir fehlen ja hier gerade die Ressourcen. Ja, da kannst du direkt zweimal machen, falls ich noch nicht so weit bin. Jupp, da brauch ich aber die blauen Charts. Also, damit geht mir der Wind of Frost, glaub ich. Ich weiß noch, im Livestream haben wir auch ewig die Riesenbäume abgehäckselt. Ja. Und weißt du was? Die hatten doch auch Spinnweben gehabt. Die waren so blöd und hab nicht drunter geguckt nach den Kissen. Stimmt, es ist ja Nacht. Ich mach die Leute übrigens aggressiv, hab ich gelesen, weil ich immer immer nichts esse. Erst wenn's fast schon zu spät ist, fang ich an zu essen. Achso, ich geh mal gleich von Anfang an und hier. Sobald eins fehlt, ich mach mir die Eis komplett voll. Viele beschweren sich immer, dass ich dann was esse, obwohl zum Beispiel was drei Keulen heilt und ich hab aber nur eine halbe, die fehlt. Aber das wird trotzdem gut gerechnet, gell? Das heißt, es funktioniert trotzdem. Okay. Also, du kriegst als Bonus oben drauf gerechnet. Das funktioniert. Hast du halt nicht dann zehn Keulen, sondern zwölfeinhalb. Okay, das hab ich auch schon ein paar Mal gehört, hab aber dann gedacht, dass es nicht stimmt. Na doch, glaub schon. Oh, ich hab ein Seed bekommen. Zeppling, meinst du? Von dem, ja, ein Zeppling von dem blauen Baum. Ja, ein Seed oder Zeppling. Bei Baumdingern ist das ja fast das Gleiche. Ich war mir übrigens die Level auf, weil ich würd gern als erstes ein Sword of the Saphir verzaubern. Für Repair zum Beispiel. Ist nämlich sehr geil. Mit dem Wirbelsturm. Das Wirbelsturmschwert ist das, ja. Da kommen die Mobs gar nicht an dich ran und andere Spieler fliegen auch weg, wenn die dich angreifen zum Beispiel. Extrem cool. Ich weiß gar nicht, ob in ist hier irgendwo ein Seed runtergefallen. Das ist ein ganz normaler. Wir haben ja leider keine Seeds. So, ich flieg mal zurück ins Home. Oh klar, ich bin auch dabei, den einen Baum hier abzuholzen. Kann auch ein klein wenig dauern. Aber wir müssen auch schon wieder einen Cut machen, gell? Da müssen wir auch schon rum sein, genau. Genau, wir machen einen kleinen Cut jetzt hier an der Stelle. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Magikraft, ciao Leute. Ich tümmel mich noch ein bisschen am Baum rum und tschüss. Ich tümmel mich noch mehr. Bis zum nächsten Mal. плюс Newport. Mommy